Was geht ab Leute, Nerdeleid Games, und willkommen zurück zu Army of 2-3, The Devil's Cartel. Treten wir den Leuten in der Kirche in den Arsch. Aber mal ganz im Ernst, wie kommt man darauf, eine MMG mitten in der Kirche aufzubauen? Die haben doch so einen an der Klatsche. Genau, wir werden die flankieren, wir werden die mit dem Schild umnieten. Wir kriegen das jetzt richtig zu spüren. Oh, hell yeah. Dö, dö, dö. Also von hier starten müssen, ist ein bisschen schade. Aber egal, gleich sind wir wieder voll in der Action. Ich mag das Smiley-Maske immer noch. Sieht doch so cool aus. Aufbrechen. Das können wir skippen, haben wir ja schon gesehen. Okay, let's fuck shit up! Oh, da fliegt eine Granate hin. Zack, und jetzt wird einfach geballert. Bäm, Multikill. Genau so spielt man das. Wow! Wo kam die Explosion denn jetzt her? Jetzt lass mir ein bisschen Nahkampf. Kleiner Pisser. Was kriegt der davon, wenn der mich killt? Hoffentlich ist der Schild nicht wieder verpackt. Den müssen wir noch kennen. Hey, fuck! Ja! Ein MMG in der Kirche? Genau den gleichen Scheiß habe ich mir gerade auch gedacht. Oh, wow, oh, schau. Du dir chillt! Okay. Wow, ich schieße doch nur blind. Okay, man kann meine... Arme sehen. Ich brauche Hilfe, Bruder! Ich brauche Hilfe, Bruder! Halt still! Tag! Jetzt liege ich wahrscheinlich gleich, weil ich dir geholfen habe. Doch nicht. Gut. Aber jetzt volle Kanne drauf, dass wir vorrücken können. Das Auto-Aim ist ja natürlich wieder so krass. Warum selber zählen, wenn einem geholfen wird? Warum wehrt der sich nicht? Wie viele kommen denn da noch? Ich will mal vorrücken. Oh, shit, die Deckung ist weg. Ich kann aber auch nicht vorrücken. Ich werfe da mal eine Granate rüber. Wieso ist denn die draufgegangen? Geht nicht anders. Schnell, 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 schnell. Boah! Ja, aufs soll existieren. Bam, 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 bam. Durch da alle. Und ich kugel in die Fresse. So, komm, der Nächste. Zack, Hedgehog. Fuck ja, von dem MNG lassen wir uns gar nicht hier begeistern. Partysong nehme ich immer noch vier. Oh, so ein bisschen schräg. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner vor hinten. Ich finde das lustig, wie ich ein Schild brauche, um mir möglichst gut vorbeizukommen. Und mein Partner irgendwie, nö. Der läuft einfach. Mach die Tür auf. Ja, mach die Tür auf. Nee, ist Quatsch. Wieso ist das jetzt Quatsch? Wo rennt der denn jetzt hin? Okay. Wahrscheinlich, weil ich ihn blockiert habe. Zur Tür. Wir brechen sie auf. Das ist jetzt immer noch Quatsch? Ach, jetzt ist es okay. Und los. Selber aufbrechen, ist er zu faul. VAMONOS! ARRIBA! ARRIBA TACO KILL! Geht's auch. Ich hab das MMG! Hier sind die Fighter-Tacos. Boah! Oh, je. Sorry. Oh, je. Mir gehen so viele Sünden auf einmal. Finde ich gut. Hoffentlich kommen wir alle in die Hölle. Oh, shit. Wieder überhitzt. Boah, das kann sein Fox. Da haben auch Einheiten auf uns hier drauf. Wie sieht's aus? Boah, das sieht doch gar kein Ende. Oh, nicht gut. Oh! Ha. Ist doch nicht alles zusammengebrochen. Oh, das hat er. Wir tun hier alles. Was ist nochmal dein Beruf? Bravo. Bist du okay? Heilige Scheiße, was war das? Wir sind okay. Wir verdienen eigentlich so ziemlich viel Geld mit derselben Sache. Alter, da geht ihr ja ordentlich zur Sache. Sonate in Deckung! Ich will aber nicht die Sniper aufheben. Fuck die Sniper. Obwohl wir hatten noch gar nicht gesnipert in dem Spiel. Könnten wir eigentlich auch noch machen. Hilf mir! Kein Problem! Boah! Soll jetzt den Overkill aktivieren. Nexten wir doch glatt mal die Waffe. Ich hab keine Ahnung, wo die stehen. Jawoll! Die ganzen Bank hier, die ganze Deckung. Fuck den Scheiß. Hey, doch, wir haben ganz am Anfang. Da waren wir beim Snipern. Gib den Löffel ab. Oder gib das Schild einfach mal ab. Geh mir nicht auf den Piss. Ich hab keine Granaten mehr gegen diesen Pisser. Okay. Jetzt ist es aber gut. Oh, der existiert da. Flankieren wir ihn. Ich kann ihn drehen als ich. Ha! Perfekt. Ich hab ihn weggelockt. Headshot. Army of Two. 75. Warum? Führe 250 Flankieren Überraschungs- und oder Tag Team Kills durch. Boah, 75 Game Up Points. Das ist eine ganz schöne Menge. Äh! Tuck mal, der Geilste hat er nicht je gehört damit im Spiel. Äh! Jetzt komm mal her, du komischen Namen. Wir müssen uns mal langsam beenden. Oh, bam. Die Kirche ist kompletter Marsch. Wo geht's aus? Doch, hier suche ich Deckung. Oh, ist aber fies. Ah, zu weit vorgerückt. Wir getroffen. Worte Hilfe. Wird erledigt. Ja, aber schnell. Dann drehen wir natürlich weiter vor. Super. Aber da dreh dich immer. Zu mir. Wow. Der war komplett neu. Verdammt. Zum Vordereingang. Shit, 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 shit. Wir müssen das schaffen. Wir müssen El Presidento befreien. Scheinlich kriegen wir einen heiligen Taco verliehen. Hey, die Auszeichnung ist ziemlich cool. Wer will die nicht haben? Verdammte Scheiße! Wir holen Fionas Truck und folgen ihm. Zu spät. Die hauen ab. Drei. Was? Los, rein in den Truck. Sehr schön. Fahr. Die Smiley-Maske. Immer glücklich. Immer zufrieden. Was will man mehr? Auch wenn wir da eine Menge Einnahmen bekommen. Absolut genial. Boah, schon über 100.000 gemacht. 19.000 habe ich da. Okay, ich will eigentlich nicht zum Arsenal. Denn ich will die Action richtig aufrechterhalten gerade. Weiter geht's. Das sind nicht Action. Schwarzer Bildschirm. Und es wird doch noch geladen. Okay. Ich dachte, es geht direkt weiter. Festzeiten dahinten. Festzeiten dahinten. Das wird Harri. Das Kartell mag nicht, dass wir seinen Boss verfolgen. Bleib an ihnen dran, Fiona. Bravo und ich nehmen uns das Kartell vor. Kommt los! Ich, ich versuche gerade einen Weg zu finden. Oh yeah. Eine wilde Verfolgungsjagd. Okay. Reifen, Motor, Fahrer. Ich bin jetzt mal ganz stark für Reifen. Okay, das fällt vielleicht noch nicht nur die Idee. Dann den Fahrer. Yeah, das funktioniert gut. Und der nächste. Die hätten nur einfach schießen können. Oh, der Fahrer muss leiden. Sorry. Oh yeah. Vorsicht, da hinten ist. Ziel auf den Motor. So, der den Führerschein gewahrt. Spinder und steigungsbefundbar. Die hätten wahrscheinlich eine Konflikspackung gefunden. Aber hey, das ist eine wilde Verfolgungsjagd. Hier ist alles erlaubt. Kommt ja, die Idioten. Nein, der Fahrer ist ja noch am Leben. Yeah. Kleinere Truck schiebt den größeren Truck. Ich hab gesehen, wo die jetzt sind. Fiona soll sich um Bocister kümmern. Wir haben zu tun. Komm schon, laden nach. Wow. Nämliche Kamera. Okay, immer schön auf den Fahrer konzentrieren. Ganz, ganz böse. Die sind bestimmt nicht meine Taco-Freunde. Wieso zum Teufel brennt das Ding jetzt schon? Gut, die Hälfte an Energie weg. Geht doch. Nicht nachlassen. Das war nicht der letzte. Woher willst du denn die Lass? Ja, ich sehe den Bastard. Scheiße. Der wird zum Freeway. Vorsicht da hinten. Hey, jetzt beginnst du mein Spreitstoff. Gut, wir nehmen alles, was wir kriegen können. Holy shit. Die werden wir natürlich direkt einsetzen. Erstmal kippen wir die noch so. Vielleicht kommt irgendwas Größeres noch auf uns zu. Ja gut, hier. Testen wir das da nochmal. Geht so. Das sind die üblen Schaden. Noch eine. Boah. Ist oben am Schild hängen geblieben. Hallo, triffst du mal den Fahrer? Und noch einer. Okay, haben wir die abgeschüttelt? Natürlich nicht. Wow. Oh, da wird schon das ganze Dach abgerissen. Mehr Idioten. Wie viele denn noch? Ich weiß nicht, wie lange wir das hier aufhalten können. Wow. Okay, noch spare ich mir die Minen auf. Wer weiß, was kommt? Okay, jetzt aber eine. Fuck die Reifen. Jagen die in die Luft. Und zwar genauso. Okay. Okay. Ich hab gewusst, da kommt nur irgendwas Dickes. Overkill aufbauen. Wer ist denn damit? Schaffen wir schon. Tanks? Welche Tanks? Links. Hier. Wow. Holy fucking shit. Hier, 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 hier. Vielleicht noch eine Mine. Okay. Doch noch. Auf die Straße gelandet. Oh ja, die wollen es wissen. Definitiv. Oh oh. Oh. Der war schon am Boden. Jetzt haben wir mal keine Minen mehr. Kommt schon in diesem Scheiß-Auto. Oh, der hat nur noch ganz wenig. Ich arbeite noch an dem Plan. Oh, das wird jetzt brenzlig. Das Ding will uns haben. Das Ding will uns haben. Das Ding will uns haben.